Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play a.k.a. Read Skyrim und es geht weiter mit Dwemer-Geschichten, wer hätte das erwartet. Zarex Lösegeld, uralte Sagen der Etwemer, erster Teil von Marobar-Sul. Salemiel stand im Garten ihres Anwesens und las den Brief, den ihr der Diener gebracht hatte. Das Rosenbouquet fiel ihr aus der Hand und landete auf dem Boden. Einen Moment lang war es, als hätten die Vögel zu singen aufgehört und als hätte eine dunkle Wolke den Himmel verdeckt. Ihre sorgsam kultivierte und geordnete Oase schien von Dunkelheit durchflutet zu werden. Wir haben euren Sohn, stand in der Nachricht. Wir werden in Kürze das Lösegeld wegen des Lösegelds in Kontakt mit euch treten. Zarex war also doch nicht bis Akkun gekommen. Eine Gruppe von Banditen, vermutlich Orks oder verfluchte Dunmeer, mussten die gut ausgestattete Kutsche gesehen und ihren Sohn gefangen genommen haben. Salemiel klammerte sich in einen Pfosten und fragte sich, ob ihr Junge wohl verletzt sei. Er war doch nur ein Student und niemand, der sich gegen gut ausgerüstete Männer zur Wehr setzen konnte. Ob sie ihn geschlagen hatten? Die Vorstellung war mehr, als das Herz einer Mutter ertragen konnte. Sag mir jetzt nicht, dass sie die Lösegeldforderung so schnell geschickt haben, rief eine bekannte Stimme und das dazugehörige bekannte Gesicht blickte durch die Hecke. Es war Zarex. Die alle Mädel beeilte sich, den Jungen zu umarmen. Tränen liefen über ihr Gesicht. Was ist geschehen? schrie sie. Ich dachte, man hätte dich entführt. Das stimmte auch, sagte Zarex. Drei große Norden griffen uns mit einem Wagen auf dem Frim-Forn-Pass an. Brüder, so erfuhr ich später, namens Matalis, Ulin und Coorg. Du hättest die Männer sehen sollen, Mutter. Jeder von ihnen würde nur mit Mühe durch die Vordertür passen. Was ist geschehen? wiederholt sich Jalemiel. Hat man dich gerettet? Ich spielte mit dem Gedanken darauf zu warten, aber ich wusste, dass sie eine Lösegeldforderung schicken würden und dachte mir, dass die dich schrecklich in Sorge versetzen würde. Also dachte ich daran, was mein Mentor in Akgun mich gelehrt hatte. Ruhig bleiben, die Umgebung beobachten und nach einer Schwäche des Gegners Ausschau halten, sagte Zarex grinsend. Es dauerte eine Weile, denn diese Burschen waren wahre Ungeheuer. Und dann, als ich sie voreinander prallen hörte, wurde mir plötzlich klar, dass die Eitelkeit ihrer Schwäche war. Was hast du getan? Sie hatten mich in ihrem Lager in den Wäldern unweit von Kahl angekettet, auf einer Anhöhe, von der man einen Fluss aussehen konnte. Ich hörte, wie einer von ihnen Coorg den anderen erzählte, dass es wohl knapp eine Stunde dauern würde, den Fluss zu durchschwimmen. Die anderen nickten anerkennend, als sie das Brot ergriff. Ich könnte den Fluss in 30 Minuten überqueren, hin und zurück, sagte ich. Unmöglich, erwiderte Coorg, ich kann schneller schwimmen als du kleines Vapeline. Also einigten wir uns darauf, von der Klippe zu springen zur Insel in der Mitte des Flusses und dann wieder zurück zu schwimmen. Als wir uns auf den Felsen stellten, begann Coorg mir die Finessen des Schwimmens beizubringen. Das Wichtigste seien gleichmäßige Bewegungen der Arme und Beine. Nur so könne man die höchste Geschwindigkeit erreichen. Wichtig sei außerdem, dass man erst nach jedem dritten oder vierten Zug Luft hole, um nicht unnötig langsam zu werden. Man soll aber selbstverständlich auch nicht weniger atmen, damit einem nicht die Puste ausginge. Ich nickte und stimmte mit ihm in allen Punkten zu. Ja genau. Dann sprangen wir von der Klippe. Ich schaffte es zu der Insel und wieder zurück in knapp einer Stunde, aber Coorg kehrte nie zurück. Er hatte sich an den Felsen vor der Klippe den Schädel zerschmettert. Mir waren die verräterischen Wellenformen, die auf Felsen im Wasser hinweisen, sofort aufgefallen, aber anscheinend hatte er sie nicht bemerkt. Und dann bist du zu den anderen zurückgekehrt, fragte Yalemir verblüfft. War das denn nicht der Zeitpunkt, an dem du geflohen bist? Das schien mir zu riskant, erwiderte Zarek. Sie hätten mich leicht wieder einfangen können und ich war nicht versessen darauf, die Schuld für Coorgs verschwinden in die Schuhe geschoben zu bekommen. Ich sagte, ich wüsste nicht, was mit ihm passiert sei. Nach einiger Suche waren beide dann der Meinung, dass er das Wettschwimm vermutlich vergessen hatte und sowohl ans Ufer und wohl ans Ufer geschwommen sei, um zu jagen. Sie konnten sich nicht forschen, dass ich etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte, da ich während der ganzen Zeit gut sichtbar gewesen war. Die beiden Brüder begannen damit, ein Lager an der Felsenklippe zu errichten, um mir eine Flucht unmöglich zu machen. Einer der Brüder, Matthais, begann über die Art des Bodens und die Steigungen der Bucht unter uns zu sinnieren. Er meinte, der Ort eignet sich ideal für ein Wettrennen. Ich gab völlige Unwissenheit über diesen Sport vor und begann mir enthusiastisch die richtigen Techniken für ein Rennen beizubringen. Er zog lächerliche Grimassen, also mir zeigte, wie man durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen müsste. Er zeigte mir außerdem, wie man die Knie beim Aufwärtslaufen im richtigen Winkel anzuziehen habe und betonte, wie wichtig die richtige Fußstellung sei. Am wichtigsten, so meinte er, sei er, dass der Läufer einen aggressiven, aber nicht zu anstrengenden Laufstil wähle. Nur so könne er das Rennen gewinnen. Er spreche nichts dagegen, während des Rennens Zweiter zu sein, solange man seine Kraftreserven für den Stussspurt aufspare. Ich war ein gelehriger Schüler und Matthais meinte, dass wir vor dem Einbruch der Nacht ein kleines Wettrenner am Rande der Bucht unternehmen sollten. Ullen beauftragte uns, auf unseren Rückweg Feuerholz mitzubringen. Wir starteten auf dem Weg, der die Klippe säumte. Ich folgte Matthais ratend solchen in Sachen Atmen, Laufstil und Fußstellung, aber ich rannte den von Anfang an mit voller Kraft. Trotz seiner längeren Beine lag ich ein paar Schritte vor ihm, als wir um die erste Ecke bogen. Da seine Augen auf meinem Rücken gerichtet waren, konnte Matthais nicht die Ranke im Felsen sehen, über die ich sprang. Er stürzte und fiel über die Klippe, noch bevor er schreien konnte. Ich wartete einige Minuten, um wieder zu Atem zu kommen und kehrte dann zu Ullen ins Lager zurück. Jetzt fängst du an, anzugeben, sagte ich alle mir mit einem Stirnruhnsinn. Das wäre doch die beste Möglichkeit zur Flucht gewesen. Das mag vielleicht so aussehen, sagte Zarik zustimmt, aber du hättest die Gegend sehen sollen. Einige große Bäume und dann nichts als Büsche. Ullen hätte meine Flucht bemerkt, mich schnell wieder eingefangen und ich hätte dann Schwierigkeiten gehabt, ihm die Abwesenheit von Matthais zu erklären. Eine schnelle Erkundung des Gebiets und Anblick einiger Bäume in der Nähe brachten mich dann auf die Idee für meinen letzten Plan. Als ich mit ein paar Zweigen zu Ullen zurückkehrte, erzählte ich, dass Matthais der einen langen, abgestorbenen Baum hinter sich erschleift, etwas länger brauchen würde. Ullen spottete über die Stärke seines Bruders und sagte, dass er selbst einen lebenden Baum, so einen Wurzeln in kurzer Zeit aus dem Boden reißen und ins Feuer werfen könnte. Ich äußerte begründete Zweifel. Ich werde es dir zeigen, sagte er und riss ein acht Meter großes Exemplar mühelos aus dem Boden. Aber das ist doch gerade mal ein Pflänzchen, meinte ich abwertend, ich dachte, du könntest einen Baum ausreißen. Sein Blick folgte dem Mainz zu einem besonders schweren, anmutenden Exemplar am Rand der Lichtung. Ullen griff den Baum und begann mit unvorstellbarer Kraft und Wucht daran zu wackeln, um die Wurzeln aus dem Boden zu lösen. Dadurch löste er ein Westennest aus den oberen Ästen, das auf seinen Kopf fiel. Und genau in diesem Moment bin ich geflohen, Mutter, sagte Zarek nicht ohne Stolz. Als nämlich Matthias und Kork am Boden der Klippe lagen und Ullen von einem Schwarm Westen umringt, um sich schlug. Jalemil nahm ihren Sohn ein weiteres Mal in die Arme. Anmerkung des Herausgebers. Ich habe zunächst gezögert, die Werke von Marobazul zu veröffentlichen, aber als der Verlag der Universität von Gwilim mich bat, diese Ausgabe zu verlegen, beschloss ich diese Gelegenheit zu nutzen, um die Dinge ein für alle Mal richtig zu stellen. Die Gelernten sind uneinig über das exakte Entstehungsdatum von Marobazul's Werken, aber das entspricht der allgemeinen Auffassung, dass sie von dem Dramatiker Gor Felim verfasst wurden, der in der Zeit zwischen dem Fall des ersten Zerothielischen Reiches und dem Aufstieg Tiva Septims für seine beliebten Komödien und Romanzen bekannt war. Die gegenwärtige Theorie geht davon aus, dass Felim einige authentische Erzählungen in der Tweme hörte und sie für die Bühne adaptierte, um Geld zu verdienen, zusammen mit umgeschriebenen Versionen seiner eigenen Stücke. Gor Felim erschuf die Gestalt des Marobazul, eines Übersetzers der dwemerischen Sprache, um seine Arbeiten überzeugender und für das leichtgläubige Publikum noch vorstellbarer zu machen. Nehmt zur Kenntnis, dass es, obwohl Marobazul zum Gegenstand hitziger Kontroversen wurde, keine verlässlichen Aufzeichnungen darüber gibt, dass jemals jemand diesen Mann wirklich getroffen hätte. Außerdem hat weder die Magierkirche noch die Schule von Julianos noch irgendeine andere Intellektikinstitution jemals jemanden dieses Namens beschäftigt. Wie dem auch sei, die Twemer in den meisten von Marobazul's Erzählungen haben nur wenig mit der furchterregenden untergründlichen Rasse gemeint, die sich selbst die Dunenmeer, Nord- und Rotverdommeln aus Furcht unterworfen und deren Ruinen uns noch heute Rätsel aufgeben. Heavy, heavy, heavy. Ah, okay, jetzt kommt die nächste. Achso, das ist der zweite Teil, aber es hat mit dem ersten Teil nichts zu tun, oder was? Na, jetzt check ich's, weil ich dachte mir schon, hä, die Geschichte hört auf, aber es war ja Teil 1. So, hä? Aber der zweite Teil ist eine ganz andere Geschichte anscheinend. Die fand ich aber gut, die Geschichte, das war wie so ein Märchen. Denke Brüder Grimm oder so. Das Samenkorn, uralte sagen der Twemer, zweiter Teil von Marobazul. Der Weiler Lorik war eine ruhige, friedliche Twemer-Gemeinde und schmiegte sich in die einfarbig-grauen und lohfarbenen Dünen und Felsen der Dea-Site. Es wuchs keinerlei Vegetation in Lorik, obwohl die geschwärzten Überreste lang abgestorbener Bäume in der ganzen Stadt verstreut waren. Kam die da, die mit der Karawanne eintraf, betrachtete ihre neue Heimat verzweifelt. Sie waren die Waldländer des Nordens gewöhnt, aus denen die Familie ihres Vaters stammte. Hier gab es keinen Schatten, nur wenig Wasser und einen unendlichen freien Himmel. Es sah aus wie ein totes Land. Die Familie ihrer Mutter nahm Kamdida und ihren jüngeren Bruder Nevit auf und war überaus freundlich zu den weißen Kindern, doch sie fühlte sich einsam in einem fremden Dorf. Erst als sie eine alte agonische Frau traf, die in der Wasserfabrik arbeitete, fand Kamdida eine Freundin. Sie hieß Sigerte und sagte, ihre Familie habe in Lorik gelebt, als es noch ein großer und wunderschöner Wald war, Jahrhunderte bevor die Dwemer eingetroffen waren. Warum sind die Bäume gestorben, fragte Kamdida. Als nur Agoni in diesem Land lebten, haben wir keine Bäume gefällt, denn wir benötigten keinen Brennstoff oder Holzgebäude, wie ihr sie benutzt. Als die Dwemer kamen, erlaubten wir ihnen, die Pflanzen so zu benutzen, wie sie sie brauchten, unter der Voraussetzung, dass sie niemals die Hist berührten, die uns und unserem Land heilig sind. Viele Jahre lebten wir in Frieden. Niemand litt irgendeinen Mangel. Und was geschah dann? Einige unserer Wissenschaftler entdeckten, dass sie, indem sie den Saft eines bestimmten Baumes destillierten, formten und trockneten, eine elastische Panzerung namens Harz erschaffen konnten, sagte Sigerte. Die meisten Bäume, die hier wuchsen, hatten nur sehr dünnen Saft in ihren Zweigen, doch nicht so die Hist. Viele von ihnen glitzerten richtig vor lauter Saft, was die Dwemer-Kaufleute gierig machte. Sie stellten einen Waldarbeiter ein, der damit begann, die heiligen Heine für Profit zu roden. Die alte Agonierin blickte auf den staubigen Boden und seufzte. Natürlich protestierten wir Agonia lautstark dagegen. Es war unsere Heimat und die Hist würden, wenn sie einmal verschwunden waren, niemals zurückkehren. Die Kaufleute änderten ihre Meinung, doch Junin machte es sich zu seiner persönlichen Aufgabe, unseren Wehen zu brechen. Eines schrecklichen, blutigen Tages bewies er, dass er seine sagenhafte Geschicklichkeit mit der Axt ebenso gegen die Leute, ebenso gegen Leute wie gegen Bäume angewendet werden konnte. Alle Agonia, die sich ihm entgegenstellten, wurden in Stücke gehauen, auch die Kinder. Die Dwemer in Lorik verschlossen ihre Türen und ihre Ohren vor den Schreien der ermordeten. Wie schrecklich, keuchte Kamdida. Es ist schwer zu erklären, sagte sie Gerte. Doch der Tod unserer Angehörigen war bei weitem nicht so schrecklich wie der Tod unserer Bäume. Du musst verstehen, dass für mein Volk die Hist das sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Unseren Körper zu zerstören bedeutet nichts. Unsere Bäume zu zerstören bedeutet uns völlig zu vernichten. Als Junin anschließend seine Axt in Hiss zuwendete, tötete er das Land. Das Wasser verschwand, die Tiere starben und alles andere Leben, das von Bäumen genährt wurde, verfiel und vertrocknete zu Staub. Doch ihr seid immer noch hier, fragte Kamdida. Warum seid ihr nicht gegangen? Was uns angeht, so sitzen wir in der Falle. Ich bin einer der letzten eines sterbenden Volkes. Nur wenige von uns sind stark genug, fern von unserem angestanden Hainen zu leben und manchmal selbst heute noch liegt ein Duft in der Luft von Glorik, der uns Leben verleiht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir alle verschwunden sind. Kamdida fühlte sich, fühlte wie er Tränen in die Augen traten. Dann werde ich allein an diesem furchtbaren Ort, ohne Bäume und ohne Freunde zu sein. Wie Ergonia haben mein Sprichwort, sagte sie Gerte. Mit einem traurigen Lächeln untergriff Kamdidas Hand. Nämlich, dass die beste Erde für einen Samen sich in deinem Herzen befindet. Kamdida blickte auf ihre Handfläche und sah, dass die Gerte ihr ein kleines schwarzes Korn gegeben hatte. Ein Samenkorn. Das sieht tot aus. Es kann nur an einem einzigen Ort in ganz Glorik wachsen, sagte die alte Ergonierin vor einem alten Häuschen in den Hügeln außerhalb der Stadt. Ich selbst kann nicht dorthin gehen, denn der Besitzer würde mich auf der Stelle töten und wie all meine Landsleute bin ich nun zu schwach, um mich zu verteidigen. Doch du kannst hingehen und den Samen pflanzen. Und was wird geschehen, fragte Kamdida, werden die His zurückkommen? Nein, doch ein Teil ihrer Macht wird zurückkehren. In jeder Nacht stand sich... Stahlsicht Kamdida aus dem Haus und wanderte in die Hügel. Sie kannte das Häuschen, von dem sie Gerte gesprochen hatte. Ihre Tante und ihr Onkel hatten sie gewarnt, niemals dort hinzugehen. Als sie sich dem Haus näherte, öffnete sich die Türe und ein alter, doch kräftiger gebauter Mann erschien mit einer mächtigen Axt über seiner Schulter. Was macht ihr denn hier, Kind, verlangte er zu wissen. Im Dunkeln hätte ich euch beinahe für einen dieser Echsenmenschen gehalten. Ich habe mich im Dunkeln verlaufen, sagte sie rasch. Ich suche den Heimweg nach Lorik. Na dann geh schon. Habt ihr vielleicht eine Kerze für mich, fragte sie mit Lett. Heischend? Mhm. Ich bin im Kreis herumgewandert und fürchte, ohne ein Licht werde ich doch nur hierher zurückkommen. Vor sich hinbrummend ging der alte Mann ins Haus. Raschgrub kam Dida ein Loch in den getrockneten Staub, in der trockenen Staub und vergrub den Samen, so tief sie nur konnte. Er kehrte mit einer brennenden Kerze zurück. Seht zu, dass ihr hier nicht noch einmal herkommt, kräute er, sonst tack ich euch in Stücke. Er kehrte zurück ins Haus und dann sein Feuer. Als er am nächsten Morgen aufwachte und die Tür öffnete, fand er, dass sein Häuschen völlig in einem enormen Baum eingeschlossen war. Er nahm seine Axt und landete Schlag um stark auf dem Holz, doch er konnte keinen Durchbruch schaffen. Er versuchte es mit einem mit seitlichen Hieben, doch das Holz heilte auf der Stelle. Er versuchte einen Aufwärtsschlag, gefolgt von einem Abwärtsschlag, um einen Keil zu erziehen. Doch das Holz versiegerte sich erneut. Es verging eine lange Zeit, ohne ehe jemand den ausgemerkelten Leichnam des alten Junien entdeckte, der vor seiner eigenen, seiner offenen Haustür lag, die stumpfe, zersplitterte Axt noch in den Händen. Es war ein Rätsel, auf was er damit eingehakt hatte, doch in Lorig verbreitete sich die Legende, dass sich auf der Klinge Isdsaft befand. Kurz darauf begann, kleine Wüstenblumen sich ihren Weg durch den trockenen Boden der Stadt zu bahnen. Neu gepflanzte Bäume und Pflanzen wuchsen von nun an recht gut an, teilweise sogar recht üppig. Die Ist kehrten nicht zurück. Aber kam Didat und die Menschen von Lorig bemerkten, dass zu bestimmten Zeiten der Dämmerung die langen, breiten Schatten riesiger längst vergangener Bäume die Straßen und Hügel bedeckten. Oh man, ich werde echt immer schlechter. Es ist so komisch, ne? Je mehr man liest, desto schlechter liest man. Ich check's nicht. Das ist, eigentlich hier gibt's überhaupt keinen Sinn. Eigentlich heißt es, der Übung macht den Meister, aber irgendwie, ich werde immer schlechter, also je mehr ich lese, desto schlechter wird's. So. Die Wichtigkeit ist wo? Alte Sagen der Dwemer, dritter Teil von Marobazul. Der Häuptling von Otrobar versammelte seine Weisen um sich und sagte, jeden Morgen wird ein Zehntel meiner Herde abgeschlachtet aufgefunden. Was ist die Ursache? Der Kriegsführer Fangbit sagte, vielleicht kommt ein Ungeheuer vom Berg herunter und verschlingt eure Herde. Der Weisen brachten Opfergaben und während sie auf Antworten der Göttin warteten, ging Fangbit zum Enterjoy-Tarok und sagte, ihr habt mich gründlich gelehrt, den Knüppel aus Zolia zu schmieden und ihn im Kampfe zu führen. Aber ich muss nun wissen, wann es weise ist, meine Fähigkeiten zu nutzen. Warte ich auf die Antwort der Göttin oder darauf, dass die Medizin wirkt oder jage ich das Ungeheuer, das sich meines Wissens auf dem Berg befindet. Wann ist nicht wichtig, sagte Jolterik. Wo ist alles, das wichtig ist? Also nahm Fangbit seine Zoli-Knüppel zu haben und wanderte weit durch den dunklen Wald, bis er zum Fluss des großen Berges kam. Dort traf er auf zwei Ungeheuer, das eine noch blutig vom Fleisch der Herde von Otrobar's Häuptling, griff ihn an, während sein Gefährte floh. Fangbit erinnerte sich an das, was sein Meister ihn gelehrt hatte, nämlich, dass das Wo alles ist, was wichtig war. Er traf das Ungeheuer an jedem seiner fünf Vitalpunkte, Kopf, Leiste, Kehle, Rücken und Brust. Fünf Schläge auf diese fünf Punkte und das Ungeheuer war erschlagen. Es war zu schwer, um es mit sich zu tragen, aber Fangbit kehrte dennoch triumphierend nach Otrobar zurück. Ich sagte, dass ich das Ungeheuer erschlagen habe, dass eure Herde fraß, rief er aus. Welchen Beweis habt ihr, dass ihr überhaupt ein Ungeheuer erschlagen habt, fragte der Häuptling. Ich sage, dass ich eure Herde mit meiner Medizin gerettet habe, sagte Heilagorik. Ich sage, dass die Göttin aufgrund meiner Opfergaben die Herde kredet hatte, sagte der Priester Beran. Zwei Morgen verstrichen und die Herden waren sicher, aber am Morgen des dritten Tages wurde erneut ein Zehntel der Herde des Häuptlings abgeschlachtet aufgefunden. Der Heilagorik ging in sein Studierzimmer, um eine neue Medizin zu finden. Der Priester Beran bereitete mehr Opfergaben vor. Fangbit nahm erneut seinen Zoli-Knüppel, es sind aber manchmal auch bescheuerte Wörter, zur Hand und wanderte weit durch den dunklen Wald, bis er zum Fuß des großen Berges kam. Dort traf er auf das andere Ungeheuer, blutig vom Fleisch der Herde von Ottobas Häuptling. Sie kämpften und wiederum erinnerte sich Fangbit daran, was sein Meister ihnen gelehrt hatte, nämlich, dass das wo alles ist, was wichtig war. Er schlug das Ungeheuer fünfmal auf den Kopf, worauf es floh. Als er es den Berg entlang jagte, traf er es fünfmal in die Leiste, worauf es floh. Als er durch den Wald lief, überholte Fangbit das Ungeheuer und schlug es fünfmal in die Kehle, worauf es floh. Als er die Felder von Ottobas Häuptling betraten, überholte Fangbit das Ungeheuer und schlug es fünfmal in den Rücken, worauf es floh. Am Fuß der Festung tauchten der Häuptling und seine Weisen auf, angelockt vom Heulen des Ungeheuers. Dort erblickten sie das Ungeheuer, das die Herde des Häuptlings abgestartet hatte. Fangbit schlug das Ungeheuer fünfmal in die Brust, worauf es starb. Eine große Feier wurde zu Ehrenfangbit gehalten und die Herde von Ottobas wurde nie wieder niedergemetzelt. Jotarek umarmte seinen Schülern und sagte, ihr habt schließlich gelernt, wo ihr eure Schläge treffen lassen müsst. Und das war's. Okay, interessant. Na ja, auf jeden Fall trotzdem danke fürs Einschalten. Wird mir hier ein Like, Kommentar und auch ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao, ciao.